Heute habe ich eine absolute Neuheit für euch, noch gar nicht vorgestellt, bei uns aber schon auf dem Musetalk-Tresen. Also, dranbleiben! Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu Musetalks Spezial vorgestellt und heute stelle ich das Universal Audio Apollo Twin vor. Das ist, wie man vielleicht erraten kann, die zweikanalige Version vom Apollo Audio Interface, aber nicht als 19 Zoll Gerät ausgeführt, sondern als Pultgehäuse. Das macht bei so einem zweikanaligen Interface natürlich auch absolut Sinn, denn hier habe ich einen schönen großen Volume-Regler, auch für die Abhöre dran, einen komplett separat regelbaren Monitorausgang. Und damit kann ich dann komplett meine aktiven Boxen, zum Beispiel, ganz locker ansteuern und habe ein wirklich gut aussehendes, smartes Gerät auf meinem Tisch, mit dem ich im Prinzip mein Studio und auch die Abhöre steuern kann. Schauen wir uns einfach mal erstmal die Hardware an. Das ist, wie immer bei Universal Audio, solide gebaut, top verarbeitet, fühlt sich extrem wertig an. Und ja, das sieht erstmal schon mal super aus, aber ist auch sehr, sehr praktisch, denn man hat wirklich darauf geachtet, dass zum Beispiel Kopfhörerausgang hier vorne ist, auch der Instrumenteneingang ist sehr leicht zu erreichen. Auf der Rückseite dann die entsprechenden Anschlüsse für Mic-Line, der separate Monitor-Online-Out-Weg, ein Optical-In für Digitalsignale und dann hier Thunderbolt. Und zwar nur Thunderbolt. Wird der eine oder andere sagen, das ist aber blöd, ich habe an meinem PC gar kein Thunderbolt. Dann sage ich, okay, dann kauf dir ein Mac, denn ich habe hier an meinem Mac zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Und die möchte ich natürlich auch gerne mal mit irgendwas Highspeed-mäßigem verwenden können. Und deswegen bin ich überhaupt gar nicht unglücklich, dass dieses Gerät nur einen Thunderbolt-Anschluss hat. Allerdings würde ich der Firma Universal Audio doch empfehlen, hier ein Thunderbolt-Kabel beizulegen. Das fehlt nämlich, und wenn man dann voller Vorfreude geil auf sein Hardware-Gerät ist und dann feststellt, man muss erst mal zu Apple fahren oder in den Online-Store gehen oder weiß der Teufel was machen, um das überhaupt einmal in Betrieb zu nehmen, dann ist das frustrierend. Aber vielleicht kann man das ja lösen, indem man das Kabel gleich als Bundle, als Händler mit anbietet. So, dann gucken wir mal nochmal ein bisschen, was so auch softwaremäßig angesagt ist. Zusammen mit der neuen Hardware gibt es auch eine neue Software. Und zwar wird Universal Audio in Zukunft wahrscheinlich auch vermehrt Mic-Pre-Amps modellen. Und das macht ganz besonders Sinn bei einem Apollo-Interface. Denn das Besondere ist ja hier, dass man mit Plugins aufnehmen kann, monitoren kann, ohne die Latenzen. Das heißt, es gibt hier wirklich nur ganz minimale Latenzen, die dadurch erzeugt werden, dass natürlich jeder Wandler eine Latenz hat und dass natürlich auch die DSPs ein bisschen rechnen müssen. Aber das ist meilenweit von dem entfernt, was man mit dem nativen System zu erwarten hat. Und ich bin ja der Meinung, ihr wisst das als Musetalk-Zuschauer, ohne Hardware-Monitoring kann man eigentlich kein vernünftiges Recording machen. Und dann möchte man dann vielleicht auch schon gleich ein bisschen Effekt haben oder einen Kompressor und so weiter und so fort. Und das geht dann auch mit dem Apollo Twin quasi fast latenzfrei. Und Universal Audio legt ja auch immer schon gleich ein schönes Bundle bei. Da ist der Pultec Pro dabei. Dann ein UA1176N, den kenne ich aber auch schon sehr, sehr lange. Und dann haben wir aber neu von SoftTube zwei Amp-Modeling-Plugins hier mit im Bundle dabei, was sinnvoll ist. Denn mit dem Apollo Twin kann ich natürlich jetzt auch latenzfrei Gitarre spielen, mit Modeling, gleich das Signal mit dem Modeling-Effekt auch aufnehmen und latenzfrei monitoren. Das macht absolut Sinn, sowas dann auch gleich im Bundle mit anzubieten. Und man kann hier über den Hi-Z-Eingang dann auch seine Gitarre oder seinen Bass direkt reinstecken und ab geht die Fahrt. Dann, wie man das auch von dem anderen Interface kennt, kann ich hier jetzt pro Kanal auswählen, ob ich noch einen Low-Pass haben will. High-Pass, sorry. 48 Volt Phantomspeisung und so weiter und so fort. Sogar ein Phasenswitch hier. So, hier klingt, hier gibt es eine Info, alles klar. So, und hier kann ich umschalten zwischen Monitor-Signal und Kopfhörer-Signal. Ich habe natürlich als allererstes mal meinen Lieblingstest mit jedem Interface gemacht und dann hier mal den Kopfhörerausgang gecheckt und auch die Audioqualität mal ein bisschen begutachtet. Ich muss sagen, absolut geil, super fett laut. Ich musste sogar hier im Rechner ein bisschen runterdrehen, weil der Kopfhörerausgang brüllend laut ist. Das ist aber für mich absolut ein Feature und überhaupt gar kein Nachteil. Denn die meisten günstigen Audio-Interfaces, die sind mir einfach immer viel zu leise. Tja, das war schon mal meine kurze Probefahrt bzw. Vorstellung vom Apollo Twin. Denn ihr könnt sicher sein, dass ich ab sofort nichts weiteres tun werde, als beim Tobias und den Leuten vom SEA-Vertrieb hier in Deutschland nachzufragen, wann ich denn endlich mein Gerät bekomme, damit ich euch das hier in voller Länge mal vorstellen bzw. richtig anchecken kann. Tja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und dann sage ich nur noch, make more music mit Music Talk bis zur nächsten Sendung. Tschüss!